Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Tiedemann Wallendorp, bei unserem Patrizia. Na, da ist er noch nicht. Er ist ein Fernkaufmann. So, was ich in eurer Abwesenheit getan habe, ich habe mir nochmal ganz genau meine Handelsrouten angeschaut, die ja so einigermaßen laufen, sonst hätten wir nicht gutes Geld verdient. Aber da konnte man, glaube ich, doch noch ein bisschen was verfeinen. Das ist, glaube ich, überhaupt der Schlüssel zu einem erfolgreichen Händler, diese Routen. Was habe ich gemacht? Ich habe ein paar grundsätzliche Dinge noch verändert. Ich habe bei dieser Nordroute, habe ich London mit aufgenommen. Einfach, weil wir hier sehr viel Eisenwaren oder sehr wenig Eisenwaren verkaufen konnten. Teilweise sogar noch eingekauft haben. Und London braucht auch immer Eisenwaren und hat ein paar andere nette Sachen. Und wenn wir schon in Scarborough sind, kann man London dann auch gleich mitnehmen, denke ich. So, dann habe ich bei diesen anderen beiden Routen, ihr werdet euch erinnern, wir haben hier so eine, ich nenne es mal Skakarak-Route. Stettin, da war Thorn noch dabei und dann bis Oslo. Da habe ich Thorn rausgenommen, weil es eine ziemliche Abkürzung ist, dann nur von Stettin nach Malmö zu fahren. Und ich habe Thorn in diese Riga-Wispie-Route mit reingenommen, wo dann sich auch mit angeschlossen ist. Das ist viel, viel sinnvoller. Wie mir scheint, dementsprechend die ganzen Ein- und Verkäufe angepasst. Dann habe ich noch allgemein die Preise so ein bisschen gelockert, weil man natürlich nicht mit den gleichen Preisen wie im Kontor hier auf den Routen handeln kann. Das ist klar, man muss ein bisschen flexibler sein, wenn man in diese Städte einläuft. So, was ich aber jetzt machen muss nach diesen ganzen Veränderungen, ich muss leider die Routen noch mal aktiv schalten. und das bedeutet leider, dass alle Touren jetzt erst mal zurück in die Städte kehren müssen, also nach Lübeck fahren und dann noch mal neu beginnen. Ich glaube, das kommt immer, wenn man eine Veränderung, also so eine massive Veränderung, dass man eine Stadt dort einfügt hat. Okay, gut, dann noch mal, das wurde mehrfach an, oder was heißt mehrfach, wurde ein, zwei Mal noch mal erwähnt. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erläutert. Zu Recht wurde gesagt, dass ich eigentlich nach meiner Hausregel so in der Form nicht in diese Handelsrouten eingreifen könnte, sondern formal müsste man gewissermaßen diese Routen abfangen, in den Häfen dann auf sie warten oder in Lübeck warten und dann die Veränderung machen. Das stimmt. Da in dem Punkt gehe ich etwas ab von der Hausregel, weil das dann doch sehr stark das Spiel dominieren würde. Man würde eigentlich immer nur dabei sein, hinter seinen Routen herzufahren, um das zu verändern. Ich glaube, das würde sehr, sehr viel auch an der Freude zerstören. Das wollen wir auch nicht. Deswegen stellen wir uns vor, dass die Leute irgendwelche Nachrichten halten in den nächsten Häfen, die sie anlaufen und dort entsprechend die Anweisung bekommen, anders mit den Waren umzugehen. Okay, soweit zur Vorrede. So, jetzt kommen erstmal alle Schiffe wieder zurück. Achso, ansonsten ist mein Plan, sobald es möglich ist, die Kontorstädte, wo wir jetzt Kontore haben, also derzeit Danzig und Aalborg, dass wir die aus diesen regulären Routen rausnehmen und direkt mit einzelnen Schiffen anlaufen, direkt sozusagen von Lübeck bedienen. Der Hintergrund ist, ich möchte, ja, ich verfolge ja derzeit so ein Zentrallagersystem, das eigentlich alles erstmal nach Lübeck kommt und von dort wieder verteilt wird. Und ich will also nicht so eine Schattenwirtschaft in den Kontoren oder so eine Schattenlagerwirtschaft etablieren. Deswegen ist mir das deutlich übersichtlicher, wenn ich einfach alles aus den Kontoren dann ausräume und dann immer nach Lübeck bringe, was die dort einkaufen oder was wir dort produzieren. Der Vorteil ist, man hat dann sehr schnell eine gute Übersicht, wenn man auf das Lager in Lübeck schaut, wo irgendwas nicht stimmt, also wo etwas zu wenig ist, wo etwas zu viel ist, wo man verändern muss. Also wir sehen zum Beispiel, Felle und Wolle ist nach wie vor ein Thema. Das ist aber was, was wir nicht ganz so schnell hinkriegen werden. Aber zum Beispiel Keramik ist was, was wir eigentlich haben müssten. Also da stimmt irgendwas nicht auf der Route und man sieht auch Honig haben wir tendenziell zu viel, aber da habe ich, wie gesagt, an den Preisen schon ein bisschen geschraubt. Okay, das heißt Keramik, lasst uns mal gleich an diesem Thema Keramik nochmal weiterarbeiten. Da habe ich offenbar was nicht beachtet. Ich glaube hier bei der Josefina, da sind wir in Riepen. Am Ende kaufen Keramik ein und da war ich auch geizig. Da gehen wir mal auf 200 hoch. So, und dann haben wir... Irgendwo noch kaufen wir auf dieser Thornroute. Ich glaube hier ist das jetzt. Thornroute, Thorn, da kaufen wir noch Keramik rein. Oh, schaut mal, 180. Das ist auch ein bisschen unverschämend, was ich da nur bezahlen wollte. Das ist soweit okay. Okay, gut, haben wir die Sachen verändert. In Lübeck selbst, denke ich, können wir durchaus auch mal wieder in ein Haus investieren. Wir machen derzeit Plus, wenn ich das richtig sehe, was Mieteinnahmen betrifft. Im Gegensatz zur Grundsteuer, das ist erfreulich. Schauen wir mal kurz den Bedarf an. 89% Fachwerkhaus. Ich glaube, da können wir schon mal wieder ein bisschen was nachlegen. Ein Fachwerkhaus ist, glaube ich, locker jetzt drin. So, ne, hier haben wir die... Ne, wo haben wir die? Hier haben wir die Fachwerkhaus. So, sehr schön. 5.000 kostet uns das. Ich denke, wir bauen das hier wieder ganz eng an die Stadtmauer. So. Gut. Dann heißt es erstmal warten, bis die Winsbraut repariert ist. Die Josefina wird ausladen. Das ist soweit alles okay. Dann lasst uns, glaube ich, mal ein bisschen Zeit vergehen. So, die Reparatur ist abgeschlossen. Schiffshandel ist auch erfolgt. Die anderen Schiffe sind auch wieder unterwegs. Achso, was ich nicht vergessen sollte, ist natürlich ein Bad nehmen. Es wurde immer mal wieder gefragt, warum ich nicht in den anderen Städten bade. Das hat einfach den Grund. In Lübeck erinnere ich mich einfach daran. Da ist das so drin. In den anderen Städten ist das mir zu diffus. Man will ja nicht in jeder Stadt baden. So, und hier wollen wir auch beten. Auch das könnte man in anderen Städten machen. Aber wir beten nur in unserer Heimatkirche. Und wir hoffen, dass die bald ausgebaut wird. Ich glaube, wir spenden noch was für den Ausbau. Ich denke, da haben wir schon einen gewissen Ehrgeiz, dass die größte und schönste Kirche des Hansa-Raumes in Lübeck steht. So, Spende abliefern. Okay, und wir können wieder fahren. Und ich habe mir überlegt, wir werden erstmal nochmal nach Aalborg fahren, weil ich im Konto dort noch was einstellen muss. Und dann wird ja bald die Brauereien Danzig fertig. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal was gucken. Und möglicherweise müssen wir, also da müssen wir auch im Konto handeln, da auch was drehen. Und möglicherweise können wir in Danzig noch was bauen. Deswegen nehme ich mal in der Winzbraut jetzt ein bisschen Eisen. Oh, wir haben kaum Eisenwaren. Na gut, nehmen wir den Rest mit. Und dann Ziegel. Wie gesagt, weil ich bauen will. Aber gucken wir erstmal, was wir in Aalborg da machen können. Okay, auf nach Aalborg. Also im Moment jetzt keine Handelsrunde, sondern ein bisschen Organisationsrunde. Wir haben ein Richtfest Brauhaus in Danzig. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir produzieren also erstmals eigenes Bier. Hervorragend. Da müssen wir vielleicht auch noch was fein justieren. Und wir sind aber erstmal in Aalborg. Da will ich jetzt, wie gesagt, nicht kaufen, sondern im Kontor was einstellen. Nämlich auch hier haben wir Keramik. Und auch hier waren wir viel zu geizig. Ich denke, 190 machen wir hier mal. Und was ich eigentlich jetzt überall, wo ich hier ein Konto habe, machen will. Ich will dort immer so ein kleines Lager auch an Baumaterialien haben. Deswegen kaufe ich da erstmal von der Stadt 20 zu einem sehr großzügigen Preis von 95. Aber hier wird kein Ziegel hergestellt. Mal gucken. Und Holz haben wir hier schon. Aber ich glaube, hier verändere ich den Preis nochmal auf 60. So. Gut, dann mit der Winzbraut jetzt nach Danzig. Das war das Ziel dieser Aktion jetzt. Jetzt, okay, mal schauen. Vier Tage. Oh nein. Jetzt gibt es auch noch eine Seeschlacht. Verdammt. Wir werden angegriffen direkt vor Aalborg. Hoffen wir mal, dass wir da durchkommen. Es gibt noch eine Nachricht von Kapitän. Der will mehr Geld. So, wir steuern nicht manuell. Oh nein, wir werden zum zweiten Mal angegriffen. Kann doch nicht wahr sein. Das erste Mal haben wir überlebt. Aber, oh verdammt. Die Winzbraut ist extrem angeschlagen. Ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte, diesen zweiten Angriff werden wir nicht überstehen. Mal gucken. Seeschlacht. Das war die erste. Ne, das war die zweite. Wir konnten tatsächlich doch fliehen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Bisher geht das einigermaßen gut mit dem... Also das Piratthema ist wirklich ein bisschen schwierig. Wann wir anfangen, da aktiv auf Jagd zu gehen. Da sollte man dann schon mal wirklich einen guten Kampf-Kreier haben. Oder möglicherweise zwei sogar. Es ist so eine Sache, weil man sich dann dem schönen Handeln nicht mehr widmen kann. Na, bisher, ich glaube, wir wurden nur zweimal ausgeraubt. Ich weiß nicht so genau. Bisher geht das irgendwie ganz gut mit unseren Kreiern. So, wir sind auf dem Weg nach Danzig und ich hoffe, ja, wir kommen tatsächlich an Heil. Sehr schön. Aber wie gesagt, mit 80, da müssen wir leider gleich wieder reparieren. Machen wir das hier oder in Lübeck? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht in Lübeck. So, hier wollen wir erstmal nach dem Rechten gucken. Also, hier produzieren wir Getreide. Da haben wir volle Produktion, sieben pro Woche. Das ist ja ganz, ganz anständig. Und hier wollen wir Bier produzieren, aber es fehlt an Holz. Ja, natürlich, man braucht für Bier auch Holz, für die Fässer. Logisch. Und hier fehlt es ein bisschen an Arbeitskräften. Okay, dann schauen wir mal kurz hier in die Stadt. Giebelhäuser 92, Kaufmannshäuser 90. Das ist schon alles ganz schön knapp. Aber ich würde wahrscheinlich lieber noch ein Brauhaus bauen. Denn mit einem Verbrauch Getreide, wir produzieren sieben, können wir durchaus auch mehr hier stemmen. Allerdings Holz ist noch so ein Thema. Wir müssen Danzig mit Holz versorgen. Das ist also noch so eine Zukunftsaufgabe. Okay, gehen wir jetzt mal in den Konto rein. Kontohandel. Da will ich nämlich auch Ziegel das gleiche Ding machen. Und ebenfalls Holz, wenn es mal billig hier ist. Wobei, das wird vermutlich nicht so schnell passieren. Wir werden vermutlich jetzt sogar, glaube ich mal, direkt teuer Holz kaufen müssen, damit wir erstmal loslegen können. Machen wir das mal für 78. Wahnsinn. Okay, dann kann zumindest jetzt die Brauerei loslegen. Ihr seht, aus Rot ist Gelb geworden. Das heißt, jetzt zeigt er mir noch an, dass wir nicht hier volle Auslastung haben, sondern nur 83%. So, jetzt will ich trotzdem mal gucken, was brauchen wir denn jetzt hier für ein weiteres Brauhaus. Also Warenkosten sind 3000. Das hält sich in Grenzen. Wir könnten das ein bisschen optimieren, wenn wir nochmal zurückfahren. Ich weiß nicht so recht. Ja, ich meinte, wenn wir jetzt... Lass uns noch eine Tour fahren und noch was holen. Das ist schon okay. Wir laden das erstmal nur Schiffkonto aus. Wir wollten eh nochmal reparieren. Ach, es hat zu wenig Besatzung. Auch das noch. Okay. So. Dann brauchen wir... ...einen mehr. Und dann nochmal nach Lübeck. Okay, noch ein Richtfest. Ach, das Fachwerkhaus ist schon fertig in Lübeck. Sehr schön. Wie sieht es jetzt mit der Kapazität aus? Ne, das ist ja auch unser Haus. Gehen wir mal hier rauf. Ja, hier ist alles gut. Sehr, sehr gut. So, in die Winzbraut. Dann laden wir ein. Oh, es ist schon wieder kein Bier mehr da. Das kommt aber, weil jetzt die ganzen Routen neu starten mussten. Ich glaube, das wird sich gleich wieder einrenken. Mal schauen. Wir werden... ...hier also jetzt nochmal was holen. Und zwar... ...Schiffkontor. Werden wir... ...Holz mitnehmen. Fünf. Und den Rest mit Ziegel voll machen. Und dann direkt... Ach, komm. Ich riskiere es jetzt in dem angeschlagenen Zustand nochmal loszufahren. Ich will das jetzt erledigen da. Und die Holzwurm wird angegriffen. Die ist wo? Die ist hier irgendwo auf dem Weg nach Wispi. Wo sind unsere anderen Schiffe übrigens? Aha, Scarborough. Hier wollen wir mal ein bisschen Blick auch auf die anderen Routen nehmen. Ob das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wo ist eigentlich die... Ach, die ist jetzt schon in Düberg. Die fährt gerade wieder los. Das ist mit 71 Eisenwand. Ganz schön viel, was sie da mitnimmt. Stolz des Cremers. Fast ein bisschen zu viel. Haben wir da Maximum... Wieso nimmt die 40 mit? Und hat jetzt schon 71. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ah, weil sie Eisen waren. Ach Gott. Das ist natürlich... Ah, alles klar. Die muss natürlich am Ende alles ausladen. Ist doch klar. Ach, wie doof. Naja. Es gibt immer was zu tun. So. Was wollte ich... Wir waren auf dem Weg. Ich hatte Angst um unser Schiff. Kreia ist fertiggestellt. Oh, auch wichtig. Stapelauf in Lübeck. Sehr schön. Und wir brauchen einen Namen. Und man darf aber ja nur Frauennamen nehmen. Deswegen werden wir unseren Sohn nicht dafür verwenden. Aber ich habe ja noch einige andere Vorschläge von euch. Und wir nennen mal das Schiff Hochsee. Unke. Warte, ich habe einen schönen, sinnlosen Namen. So taufen wir dieses Schiff. Das jetzt auf uns wartet. So. Und wir sind in Danzig. Genau. Wir wollten hier in Danzig was unternehmen. Wir wollten bauen. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Mit dem Brauhaus. Jetzt fehlen Eisenwaren. Wieso fehlen jetzt Eisenwaren? Das kann doch nicht wahr sein. Habt ihr die im Kontor verkauft? Vermutlich. Na, ich depp. Da muss ich natürlich im Kontohandel Mindestbestand definieren. Eisenwaren. Wir verkaufen das an die Stadt. Ja, andererseits, wenn ich jetzt hier... Bestand bis zu dem Verkauf führt, ist auch nicht richtig. Man kann leider hier... Na, ich weiß nicht. Man kann... Wäre cool, wenn man definieren könnte, Bestand ab dem Verkauf wird. Ja, Leute. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Wir müssen jetzt nochmal zurück, um Eisenwaren zu holen. Weil so geht's nicht. Und dann müssen wir direkt bauen. Verdammt. Schiffkontor. Holz lassen wir hier. Holz wird ja hier auch sehr nachgefragt. Ja, dann nochmal zurück. Wobei wir dann schon unser... Ah, dann könnten wir schon unseren Kreier nehmen. Immerhin was. Und den anderen reparieren. Das hat auch seinen Vorteil. Gut. Also, nochmal. Auf nach Lübeck. Gott sei Dank wird das Geld durch unsere Ruten gemacht. Und nicht hundertprozentig nur durch uns. So. Die Hochseeunkel ist da. Sehr schön. Wir werden jetzt Folgendes tun. Und wir werden die Winsbraut erst einmal reparieren. Schiff reparieren. Da haben wir die Winsbraut. Wird repariert. Okay. Dann, der Kapitän kann eigentlich draufbleiben. Wir bewegen uns jetzt auf die Hochseeunkel. Die brauchen jetzt erstmal wieder Matrosen. Oh. Ist es fassbar? Haben wir ein Glück. Direkt in Lübeck ein Kapitän. Ein neuer. Unfassbar. Den stellen wir sofort ein, natürlich. Okay. Sehr schnell scheint er zu sein. Guter Segler. Sehr schön. Kapitän wird angeheuert. Josef Kornacker. Das läuft ja wie am Schnürchen. Achso. Matrosen wollten wir natürlich auch noch. Wir brauchen hier acht auf dem Schiff. Okay. So. Dann werden wir jetzt Schiffkontor. Ich hoffe, wir haben jetzt wieder Eisenwaren dabei. Haben wir. So. Dann bringen wir jetzt mal ordentlich Eisenwaren mit. Nochmal ein bisschen Holz. Und den Rest knallen wir dann mit Ziegel voll. Vielleicht nehmen wir sogar noch ein bisschen Holz mit. Holz brauchen wir da ja sowieso. Okay. Prima. Also nochmal nach Danzig. Gut. Sehr schön. Bauerlaubnis haben wir bekommen. Und zwar. Wo sehe ich es? Stapelaufseeschlacht. Bauerlaubnis. In Rehwal. In Rehwal dürfen wir auch bauen. Das Schiff ist noch gar nicht da. Jetzt. So. Jetzt aber direkt ins Baumenü. Ehe wir hier irgendwelche Eisenwaren verkaufen. Erledigen wir das sofort. Und zwar. Wir wollten ein weiteres Brauhaus bauen. Und das bauen wir. Oder wollen wir mal das Risiko verteilen. Und es woanders hin bauen. Ja. Machen wir mal eins hier noch hin. Sehr schön. Damit zahlen wir echt nur 5000. Weil wir alle Sachen jetzt da haben. Alle Waren. Und hier fürchte ich. Müssen wir doch mal gucken. mit den Häusern 90, 92. Lasst uns hier auch noch ein Fachwerkhaus bauen. Da zahlen wir jetzt 2300. Weil wir jetzt Ziegel kaufen müssen. Aber das ist jetzt einfach mal okay. Würde ich sagen. Wir brauchen hier Arbeitskräfte. Und die müssen natürlich irgendwo unterkommen. So. Der Rest an Holz und Eisenwaren. Der wird dann hier einfach ins Kontor geladen. Das ist okay. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt 140 Bier im Kontor. Das ist ja der Hammer. Müssen wir hier noch was am Kontor handeln. Mit dem Bier ändern. Ich glaube ja. Jetzt wo wir es selber produzieren. Wir kaufen bis zu einem Bestand von 100. Ist die Frage ob wir überhaupt. Ich glaube wir werden hier gar nicht mehr einkaufen. Sondern jetzt natürlich voll auf unsere Bierproduktion setzen. Gut. Der Rest sollte soweit okay sein. Und ich denke wo wir jetzt hier schon sind. Dann nehmen wir auch eigentlich Schiffkontor. Können wir eigentlich auch das Maximum an Bier jetzt mitnehmen. Und zurück nach Lübeck fahren. Oder wird der jetzt gleich... Ah der kommt gleich in ganz sich an. Ne der will da Bier. Der braucht Bier. Das ist doof. Dann müssen wir folgendes tun. Wir müssen nochmal wieder Bier ins Konto zurück tun. 50. Lassen wir dem anderen. Ich prüfe mal ganz kurz die Route. Ob der das auch wirklich tut. Ob hier irgendwas stimmt. Bier aus dem Kontor. Maximum. Alles in Ordnung. Sehr schön. Gut. Dann jetzt zurück nach Lübeck. Und in Lübeck will ich gleich das nächste Schiff in Auftrag geben. Ganz wichtig. Wir müssen jetzt ununterbrochen Schiffe bauen. Und dann... Ah die Winzbraut ist auch schon wieder bereit. Ja dann können wir nämlich den ersten Teil des Planes jetzt umsetzen. Nämlich eine unserer Kontore direkt anzuliefern. Und direkt zu versorgen. Das will ich glaube ich dann auch gleich tun. Oh ja Leute. Wir haben viel zu tun. Ihr merkt es. Geld ist Gott sei Dank da. Also das Geschäft läuft. Ja. Insofern machen wir im Montag weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.